Word-Rap, kurze Geschichten, einfach das nehmen, wonach euch der Bauch als erstes hat. Spricht, schreibt und das ist es. Es sind zehn Fragen. Ganz kurz. Bauernhof oder Stadtkind? Stadtkind Bauernhof. Treu oder ehrlich? Ehrlich. Treu. Leder oder Samt? Leder. Samt. Morgen oder Nachtmensch? Morgen. Nacht. Berge oder Meer? Meer. Meer. Hey. Kaffee oder Tee? Tee. Kaffee. Wurst oder Käsebrot? Wurst. Wurst. Jeans oder Baumwollhose? Jeans. Baumwollhose. Wein oder Bier? Wein. Wein am ehesten noch? Ja, Moment. Auch Wein. Ja, SMS oder Whatsapp? Whatsapp. Whatsapp. Farbe oder schwarz-weiß? Schwarz-weiß. Ich bin Farbe. Das war's. Und Spaß. Leder. Und Saat. Da hab sie sogar lachen müssen. Ne, ja, stamm. Dailyлаг. Leder? Ja, ich weiss nicht. Leder? Leder. Nicht, dass ich Leder einen Schamotten hätte. Gibt es ja irgendwas, wo fühlst du dich eher angezogen? Nein, aber Leder und Samt und Bier und Wein, das sind so... Auch bei Bier und Wein würde ich sagen, weder noch. Ich trinke beides. Ich kann auch sagen, beides nicht. Aber Bier, so ein roter... Keine Sonne, du hast gar nichts gegründet. Ja, 13 Jahre Beziehung. Ja, das kommt raus.